Viele Leute mögen es, wenn man Fehler offen und ehrlich anspricht. Heute machen wir genau das und schauen uns meine Fehler beim Kauf von meinen ersten Aktien und von meinen ersten ETFs an, was ich eigentlich gekauft habe, was ich daraus gelernt habe, wie die Investition seitdem gelaufen ist und was ich heute an meiner Stelle anders machen würde als damals. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex. Ja, wie der Titel von diesem Video schon sagt, schauen wir uns meine Fehler mal ganz konkret an, was ich heute auch anders machen würde als vor vier Jahren, als ich meine ersten Aktien gekauft habe. Und mein erster Aktienkauf war wirklich schlecht, das kann man so offen und ehrlich sagen, er war nicht gut und das hat mehrere Gründe gehabt. Man muss manchmal Fehler machen, um auch daraus zu lernen, am besten lernt man natürlich durch so ein Video, Bücher oder ähnliches darüber und macht diese Fehler selbst nicht, aber manchmal muss man einfach mit dem eigenen Portemonnaie bezahlen, um eben zu merken, okay, das war falsch und das mache ich nicht nochmal und heute kann ich sagen, aus diesen Fehlern habe ich gelernt und diese auch nicht nochmal gemacht. Mein erster Aktienkauf war aber nicht schlecht, weil die Aktie selbst schlecht war oder der ETF, auf den ich später nochmal eingehe, sondern weil ich einfach zu schlechten Konditionen gekauft habe. Und diese schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an und die erste Regel zum Investieren ist wahrscheinlich nicht zu überschätzen, wie gut man den Markt kennt. Ich habe bei meinen ersten Käufen wirklich den Home-Bias gehabt, das heißt, ich habe in Deutschland investiert, weil ich gemeint habe, ich kenne mich hier besser aus als in anderen Märkten, das kann vielleicht auch sein, aber langfristig nur im Heimatmarkt anzulegen, ist eine ganz, ganz schlechte Überlegung und damit lässt man auch sehr viele Chancen aus. Okay, kommen wir jetzt zu den Konditionen, die ich eben angesprochen habe und wieso diese eigentlich so schlecht waren. Ich habe einen Small Cap gekauft, eine sehr kleine Aktie, die OHBSE, das ist ein Raumfahrtunternehmen aus Bremen und ein sehr spannendes Unternehmen, muss man offen und ehrlich sagen, aber hat eine geringe Marktkapitalisierung damals schon gehabt. Heute ist sie deutlich höher, aber ja, trotzdem war sie damals noch ein sehr kleines Unternehmen. Sie war etwa 300 Millionen Euro an der Börse wert. Heute ist sie circa 750 Millionen Euro Stand heute wert und ja, hat sich damit im Wert verdoppelt. Darüber bin ich natürlich sehr froh, aber trotzdem habe ich hier mit schlechten Konditionen eingekauft, denn ich habe zwei ganze Aktien gekauft, ja, richtig gehört zwei, zu einem geringen Kurs von etwa 18 Euro und da kann man sich schon vorstellen, wie vor drei Jahren die Gebühren dabei aussahen. Heute kann man ja sehr günstig Aktien kaufen bei Trade Republic und anderen Neo-Brokern, wie unter anderem Scalable Capital, aber am Ende habe ich hier extrem viel Geld ausgegeben. Die Konditionen heute mit 1 Euro pro Trade und anderes gab es damals nicht. Ich habe damals wirklich für die Aktie und den Kauf, ich habe es hier auch nochmal ausgedruckt, extrem viel Geld ausgegeben. Ich habe es dir jetzt nochmal hier an der Seite eingeblendet, damit du es dir ganz genau ansehen kannst. Ich habe damals zu einem Kurs von 18,563 Euro zwei Aktien der OHB gekauft und habe dafür dann für den Aktienkurs 37 Euro ausgegeben. Okay, aber jetzt kommt der Brocken, die Kosten davon waren 10,45 Euro die eigenen Entgelte für die Kondirekt sowie die fremden Kosten für die Börse. Das heißt, ich habe 37 Euro für Aktien ausgegeben und 10 Euro für die Provision. Das steht also in überhaupt keinem Verhältnis. Und ich muss ehrlich sagen, hier hätte ich mehr aufpassen müssen, wie viel Kosten eigentlich auf mich zukommen. In dem Moment wollte ich einfach mal mit dabei sein. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung gewesen, weil es eben relativ wenig Geld war, das ich damals als Student hatte. Aber die Entscheidung ist eben gefallen. Und ja, seitdem habe ich nie wieder so viel Geld, auch nicht prozentual, für eine Order ausgegeben. Aber ich glaube auch nicht, absolut, nee. Also ich habe immer weniger als diese Summe ausgegeben. Das ist wahrscheinlich das erste Learning, das ich hier mitgenommen habe. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso eigentlich die OHB? Und hierauf kann ich eine ziemlich kurze und prägnante Antwort geben. Ich habe damals in Lüneburg studiert und dann habe ich mich nach Unternehmen in der Nähe von Lüneburg eben umgesehen, die an der Börse gelistet sind, im Prime Standard. Das heißt, die jährlich geprüft werden, die nach IFRS bilanzieren und ähnliches. Das heißt, Unternehmen, die einen gewissen Mindeststandard erfüllen. Und dann eben auch nach sehr spannenden Unternehmen. Das ist jetzt an sich keine schlechte Art, ein Unternehmen zu suchen. Und ehrlich gesagt, habe ich damit auch ziemlich gut gelegen. Das ist natürlich auch Zufall und Glück, was hier reinspielt. Aber dann habe ich eben die OHB in Bremen gefunden und ich war schon immer von der Raumfahrt begeistert. Das Ganze wollte ich unterstützen, nachdem ich gesehen habe, die Finanzkennzahlen sind gut. Das Ganze ist vom Jahresabschluss her geprüft. Und seit vielen Jahren an der Börse, dann dachte ich mir, okay, machen wir das Ganze einfach mal, kaufen wir zwei Stück. So, dann habe ich tatsächlich mit den Kosten inklusive rund 23,79 Euro ausgegeben, wo die Aktie eigentlich nur bei 18 Euro lag, also pro Aktie. Das heißt, ich war direkt 5 Euro im Minus, wenn man diese hohen Kosten eben berücksichtigt, was man sollte. Aber heute liegt die Aktie bei deutlich mehr als 40 Euro, Stand heute wieder. Der Grund dafür ist aber nicht, dass ich so schlau in die Aktie investiert habe, sondern dass sie wirklich sehr gut performt hat aufgrund von Staatsaufträgen, die sie bekommen hat. Als Raumfahrtunternehmen ist die OHB einfach davon abhängig, welche Großaufträge sie bekommt. Sie ist auch so gut wie gar nicht von Corona jetzt eben betroffen. Der Start von den Raketen, die jetzt eben von OHB mitkonstruiert werden, der ist erst 2021. Das heißt, der große Staatsauftrag, der für diesen Anstieg im Jahr 2017 gesorgt hat, war der Auftrag an der Ariane 6 von der European Space Agency mitzuwirken und eben den Tank und andere Strukturelemente dafür zu bauen. Das heißt, hier hat man einen dicken, fetten Auftrag gelandet und die Aktie ist eben über kurze Zeit nach oben gesprungen. Dann ist sie auch wieder nach unten gegangen, aber mittlerweile befindet sie sich wieder auf dem gleichen Niveau und gleichzeitig zahlt sie auch Dividenden. Ja, ich bin mit dem Unternehmen sehr glücklich und heute könnte man das Ganze deutlich günstiger erwerben. Bei Trade Republic, wie gesagt, zum Beispiel für 1 Euro und den Kosten, den man halt vom Kurs hat. Das heißt, eine Kostenreduktion um 90 Prozent im Vergleich zu denen, die ich damals hatte. Wenn man nur eine einzelne Aktie kauft, also wirklich bemerkenswert, was da in den letzten Jahren auf dem Brokermarkt passiert ist. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was hier noch in den nächsten Jahren bei der OHB passiert. Ich bin Buy and Hold Investor, das heißt, ich werde das Ganze jetzt auch nicht verkaufen, sondern im Portfolio belassen. Vielleicht wird es für mich eine Lehre sein, nie wieder so viel Geld für eine Order auszugeben. Bisher hat das sehr gut geklappt. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, dann lasst mir doch ein Like da. Darüber würde ich mich sehr freuen und ebenfalls ein Abo, um kein Video zu verpassen. Am Sonntag kommt das nächste Video und da rede ich mal darüber, wie viel hier das Leben in Zypern eigentlich kostet. Verpasst das nicht und lasst mir jetzt ein Abo da und jetzt machen wir mit dem zweiten Thema weiter. Und wir schauen uns mal an, wie mein erster ETF-Kauf war. Der war nämlich schon deutlich besser. Ich habe sehr viele Erfahrungen seit dem ersten Aktienkauf gemacht und ich habe wirklich am meisten nicht in irgendwelche Aktien investiert, sondern in meine eigene Bildung. Und das war ganz ehrlich gesagt die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, denn dadurch wurde mir vieles klarer. Ich wusste mehr, was ich eigentlich vom Investieren möchte und was auch nicht. Und ja, dazu habe ich viele Bücher wirklich verschlungen während meinem Studium. Manchmal habe ich mich mehr auf diese Bücher konzentriert, als auf die, die mir Professoren mitgegeben haben, die man lesen sollte. Und im Endeffekt war das vielleicht keine schlechte Entscheidung. Hat sehr gute Zinsen gebracht, in die eigene Bildung zu investieren. Okay, schauen wir uns jetzt an, in welchen ETF ich investiert habe. Das habe ich wieder ausgedruckt und vielleicht tue ich das Ganze auch nochmal in einem Rahmen, denn das war ein sehr guter Kauf. Mein erster ETF-Kauf, den habe ich dir wieder hier an der Seite eingeblendet. Natürlich die persönlichen Daten zensiert, aber eingeblendet. Und hier siehst du, ich habe tatsächlich keine Orderkosten gehabt. Das war schon mal ein riesiger Vorteil dem gegenüber, was ich bei meinem ersten Aktienkauf hatte. Und dann habe ich natürlich noch deutlich mehr Vorteile gehabt. Ich habe ja keine Orderkosten gehabt, weil das Ganze ein Aktions-ETF war. Die kamen aber später dazu. Aber selbst als sie später dazu kamen, lagen sie bei 1,5%. Und das war ein, oder das ist immer noch ein Verhältnis, was völlig okay ist. Das ist jetzt nicht das Allergünstigste am Markt, aber das ist so, ja, ein gutes, sehr gutes Mittelmaß, kann man sagen. 1,5% im Sparplan an Kosten zu haben. Und weiter habe ich hier natürlich auch automatisiert angelegt. Das heißt, ich musste mir keine Gedanken mehr machen, wann ich eben kaufe. Sondern ich habe hier wirklich automatisch jeden Monat meine 25 Euro, wie man hier auch sieht, im Monat gehabt, die investiert werden. Und das war ein Betrag, den ich mir auch als Student sehr gut leisten konnte. Und dann habe ich das Ganze auch erstmal ein paar Monate laufen lassen. Gesehen, es funktioniert, es klappt. Die Kosten werden sich auch in Zukunft in Grenzen halten. Und dann habe ich das Ganze dann erst auf 50, dann auf 100, 150, 200 Euro erhöht und so weiter gemacht. Dann habe ich mir natürlich noch mehr ETFs dazu geholt. Aber im Endeffekt war das der Beginn von meiner ETF-Karriere. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn damit gemacht habe. Und dann habe ich natürlich auch noch nicht zum Market Order Preis gekauft, wie ich das bei meiner ersten Aktie gemacht hatte. Das war noch ein weiterer Fehler. Sondern ich habe automatisiert im Sparplan mit einer Limit Order dann gearbeitet. Das heißt, der ETF, der kauft dann eben auch die Aktien nicht zum aktuell höchsten Preis, sondern schaut natürlich auch, dass er einen besseren Preis bekommt. Diesen Fehler habe ich damals nicht gemacht. Diesen Fehler habe ich damals mit den Aktien gemacht. Das heißt, ich wollte einfach nur rein und habe keinen Limit Kurs erstellt. Das ist heute auch ganz wichtig, wenn man eben nicht im Sparplan investiert, sondern ETFs einzeln kauft. Dann sollte man per Limit Order agieren. Das funktioniert auch sehr gut. Und hier muss man meistens nur ein paar Minuten, manchmal auch nur Sekunden warten, bis man den gewünschten Kurs dann bekommt. Aber zum Market Preis kaufen ist verschwenderisch, denn das ist der schlechteste Deal, den man aktuell am Markt bekommt. Falls du einen Broker suchst, bei dem du langfristig in ETFs investieren kannst, dann habe ich mal die besten Broker hier in diesem Video getestet und auch die Kosten offen und einfach aufgezeigt. Und aus diesen zwei Käufen konnte ich sehr viel lernen. Die Limit Order war wahrscheinlich sehr wichtig, die Orderkosten allgemein im Griff zu haben und einfach automatisiert per Sparplan zu investieren. Das waren wahrscheinlich die drei größten Learnings, die ich auch daraus mitgenommen habe. Wie ich am Anfang gesagt habe, manchmal muss man mit dem eigenen Portemonnaie bezahlen, um am besten zu lernen. Das habe ich sehr früh gemacht während meiner Studienzeit. Und ich bin ehrlich gesagt froh darüber, denn hätte ich diese Fehler jetzt gemacht oder vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren oder noch später, dann wäre ich sehr wahrscheinlich mit deutlich mehr Geld reingegangen und hätte auch diese Fehler deutlich teurer bezahlen müssen. Von daher bin ich froh, dass ich diese Fehler am Anfang mit kleinem Geldbeutel gemacht habe und ja, dementsprechend heute deutlich mehr daraus mitnehmen kann aus dem Geld, das ich investiere und eben keine unnötigen Kosten habe, die ich einfach nicht brauche und die andere reicher machen, aber mich nicht. Und darum geht es ja, selbst das Beste aus dem Geld herauszuholen. Und falls du jetzt am Anfang von deiner Investorenkarriere stehst oder eben nicht weißt, in was du eigentlich investieren möchtest, dann bitte tu mir den Gefallen. Es war damals auch sehr einfach und meine Verlockung so ein bisschen, sich den Aktionär anzuschauen, vielleicht auch andere Formate auf YouTube und zu sehen, okay, hier wird jetzt über die größten Megatrend-Aktien geredet. Wasserstoff, Digitalisierung, autonome Fahrzeuge, KI und ähnliches. Und wenn dann die Leute sagen, okay, hier sind drei spannende Aktien und dann sucht man sich eine davon aus. Das ist der falsche Weg. Man muss sich wirklich selbst Gedanken machen, was ist in der langfristigen Geldanlage der beste Weg und nicht Leute imitieren. Denn ich kann dir sagen, diese Leute sind meistens nicht in diese Aktien investiert und falls sie es doch sind, dann zu einem sehr kleinen Teil. Du musst dir selbst Gedanken darüber machen, wo arbeitet dein Geld am besten langfristig für dich. So, genug mit dieser Rede zum Sonntag. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, lass mir einen Daumen nach oben da, falls das so ist und abonniere, um das Video am Sonntag nicht zu verpassen, indem ich über meine Kosten hier in Zypern rede. Und ja, hier ist noch mein letztes Video und meine Empfehlung für dich.